Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnageläusten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Wir haben zu Beginn eine ganz neue Kollegin mit am Start, die liebe Lida, die eigentlich zur Redaktion von Movie Break gehört. Die liebe Lida ist jemand, der regelmäßig in Presseverführungen geht und so nett war, zusammen mit dem Steffen über zwei Filme zu sprechen, die auch in dieser Woche ins Kino kommen werden. Das sind My Zoe und Bis dann Mein Sohn, zwei Filme, die wir eben in der Presseverführung leider nicht wahrnehmen konnten. Aber Lida hat das eben für Movie Break getan, dort könnt ihr auch die Rezensionen lesen, die sie geschrieben hat. Und der liebe Steffen hat sich mit ihr zusammen im Internet getroffen, ein paar Fragen dazu gestellt und da ist eine sehr interessante Besprechung rausgekommen zu eben diesen beiden Filmen, die natürlich dann auch etwas länger geht, als es eine einzelne Besprechung täte. Ja und im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zur neuen Fassung von Apocalypse Now. Der ist ja jetzt im Final Cut erschienen und nachdem er auch glaube ich an einem Tag mal kurz in ausgewählten Kinos lief, ist er zwischenzeitlich auch fürs Heimkino erhältlich. Und übrigens auch bei Amazon Prime Video, da haben wir den gesichtet, wir hatten übrigens auch ein Pressemuster, das hat alles ein bisschen gedauert, kurzum. Jetzt haben wir hier die Besprechung von Till, Michael und Werner. Die drei Hübschen haben sich auch im Internet getroffen und für euch diesen Film besprochen, der jetzt eben schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und sich natürlich auch mit aktuellen Sehgewohnheiten messen muss. Was die drei Jungs zu diesem Film zu sagen haben, ob sie den Film bereits vorab kannten, ob sie Vergleiche zur Original-Redux-Fassung ziehen können. Es gibt glaube ich noch eine Kinofassung, die gibt es auch noch, also ist ja auch alles erhältlich inzwischen, auch für den Heimkinomarkt. Da hört mal unbedingt rein, was die drei zu sagen haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ebenso freue ich mich drauf, dass ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Und bitte, bitte tut das auf Apple Podcast, auf Fütt, auf Facebook kann man das tun, auf Podcast.de und auf vielen weiteren Internetseiten. Bitte tut das, das erhöht die Reichweite des Tele-Stammtischs und wir wissen, was ihr überhaupt von dem Quatsch haltet, den wir hier so machen. Denn es ist schon so, dass wir inzwischen wahnsinnig viel Arbeit hier investieren und es ist auch so, dass wir erneut nicht alle Kinostarts besprechen können. Ihr müsst euch überlegen, wir besprechen die Woche 20 Filme. Ich habe Dinge auf Halde, die wir eigentlich auch schon lange hätten mal besprechen müssen. Und ich sage euch mal so, bei selbst 40 Leuten sind 20 Besprechungen die Woche echt ein Riesenkraftarkt. Das muss nicht nur geschnitten und bearbeitet werden, das muss vor allem auch gesichtet und besprochen werden. Und da müssen wir inzwischen selektieren. Wir können nicht mehr alles besprechen und man hat schon irgendwie das Gefühl, wir würden das tun. Also insofern sagt uns mal, was ihr einfach von dem ganzen Spaß hier haltet. Ob ihr vielleicht einzelne Besprechungen vermisst oder eben auch nicht. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Filmbesprechung hier beim Tele-Stammtisch. Ich bin Steffen und ich bin heute nicht alleine. Bei mir ist die Lida. Hi Steffen. Hi. Du hast uns heute zwei Filme mitgebracht, wenn ich das richtig verstanden habe heute. Ganz genau. Und es gibt sogar thematische Überschneidungen. Also ich freue mich drauf, euch davon voll zu quatschen. Genau. Welche Filme sind das denn? Einmal Julie Delphys My Zoe und dann So Long My Son, der hier in Deutschland als Bis dann mein Sohn anläuft. Vielleicht haben ein paar Leute mitgekriegt, dass die Hauptdarsteller auf der Berlinale zum Beispiel ausgezeichnet wurden. Das finde ich spannend. Julie Delphy, die kenne ich ja aus diesen Before Sunrise, Midnight, hast du nicht gesehen Filmen. Die macht auch Filme. Genau. Sie ist sowohl Schauspielerin als auch Regisseurin, hat auch schon eine Reihe Filme gemacht. Unter anderem zum Beispiel The Countess war ein größerer Film, der auch hier in Deutschland anlief. Wobei es in ihrem jüngsten Film um ein ganz anderes Thema geht und der Film auch eine ganz andere Stimmung hat, als diese mehr so locker flockigen Romantik-Komödien, sage ich mal, aus denen man sie vielleicht am ehesten kennt. Genau. Dann lass uns doch mal mit My Zoe anfangen. Worum geht's denn da? Ja, das Thema klingt so, dass vielleicht ganz viele Leute jetzt sagen werden, oh, dann gucke ich mir den nicht an. Eugenik. Und jetzt sollten wir vielleicht ganz am Anfang sagen, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Es ist nicht möglich, über diesen Film wirklich zu reden, was wir jetzt aber natürlich tun werden, ohne irgendwas vom Inhalt vorbecken zu nehmen. Also wenn ihr solche Leute seid, die sagen, um Gottes Willen, ich will nix vom Film vorher wissen und es mir alles versaut, dann macht jetzt nochmal aus und schaltet nochmal an, nachdem ihr im Kino wart und dann könnt ihr hören, inwiefern ihr mit uns übereinstimmt oder nicht. Also ja, wie gesagt, es geht um Eugenik. Jetzt fragt ihr euch, okay, das ist jetzt so ein Wissenschaftsfilm, nicht ganz. Die Handlung spielt in der nahen Zukunft, die wir uns aber mit minimalen, kleinen, technischen Fortschritten eigentlich sehr wie die Gegenwart vorstellen können. Also nichts mit großem Sci-Fi und man muss schon genauer hingucken, sage ich mal, um überhaupt mitzukriegen, dass dieser Film de facto Science-Fiction ist. Ein Ehepaar, das im Begriff einer ziemlich miesen, dreckigen Scheidung ist, hat ein Kind, das ist über alles lieb. Dieses Kind ist eben das titelgebende Mädchen Zoe und Zoe durch ganz schlimme Zufälle muss sterben. Natürlich doof. Und man denkt jetzt, es wird so ein Drama über Trauer, ist es dann auch, aber der Film ist so in drei Akte gegliedert. Und der erste Akt ist ein richtig schwermütiges Trauer-Drama. Der zweite macht dann aber so eine Kehrtwende in Richtung, was kann ich tun, wenn mein Kind gestorben ist und ich es gerne zurück hätte. Spannend. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Der Film macht auf den ersten Moment einen sehr düsteren Eindruck. Bleibt das den Film über so? Da greift wieder diese Drei-Akt-Struktur. Der erste Akt ist noch so ein relativ leichtes Präludium. Man weiß aber dann schon durch diverse Vorzeichen und ja auch, weil der Film eine Handlung haben muss, dass das jetzt nicht einfach so immer weitergeht. Der zweite Akt wird dann super düster und im dritten Akt nimmt es dann so eine bizarre Wende. Ich will jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, aber so viel kann man zumindest sagen, weil ich denke, dass auch, selbst wenn es ein Spoiler ist, es Leute eher neugierig darauf macht. Die Mutter bekommt diesen fixen Gedanken, ihre Tochter klonen zu lassen und sucht dann nach einem Arzt, der das möglich macht und ihr nach, also sie sucht nach einem Arzt, der ihr dann wirklich das Kind klonen soll. Und das ist auf einer, ja, ziemlich wissenschaftlichen Ebene denn abgehandelt. Das ist natürlich an sich ein interessantes Thema, das man durchaus auch diskutieren kann. Nur geht der Film halt von völlig falschen Prämissen aus, die er aber dem Zuschauer als Fakten verkauft. Und diese Fakten werden auch nicht im Rahmen der Filmhandlung so dargestellt, von wegen Science Fiction, nach dem Motto, stellen wir uns vor, es wäre so. Sondern da wird wirklich so getan, als wären das wissenschaftliche Tatsachen und das Schlimme ist, das sind bestimmte Irrmeinungen, die unter sehr vielen Leuten als Tatsachen etabliert sind. Also um es konkret zu sagen, es gibt ja diese Nature vs. Nuture Theory. Das heißt, warum sind wir, wer wir sind? Ist das alles in unseren Genen vorprogrammiert? Ob einer jetzt Beethoven wird oder Marie Curie oder vielleicht ein Serienkiller oder neue Hitler? Ist das alles in den Genen oder ist es unsere Umgebung, die uns formt? Und momentan steht die wissenschaftliche Erkenntnis so, dass es ein bisschen von beiden ist. Du kannst quasi zum Killer prädestiniert sein, aber weil du einfach eine nette Familie hast und dich nie jemand provoziert, bist du trotzdem ein ganz normaler, guter Mensch. Und der Film geht davon aus, dass wirklich 100% deiner Persönlichkeit, also bis hin zur Lieblingsfarbe und sowas wie, ob man Spaghetti gerne isst oder Oliven mag, dass all diese winzig kleinen Fakten im Gencode sind, was Schwachsinn ist. Und weil das Schwachsinn ist, ist eben auch der Gedanke, sein Kind klonen zu wollen, Schwachsinn, weil das neue Kind ja nicht das alte wäre. Es wäre ein neuer Mensch. Und dann kannst du auch gleich ein Kind auf dem natürlichen Wege, wir wissen ja alle, wie es geht, machen. Und deswegen ist der Film halt so ein bisschen auf einem, sag ich mal, sehr komplizierten Gerüst gebaut und so eine sehr unangenehme Propaganda für Eugenik. Denn es gibt ja sehr starke Stimmen dafür, dass man da wieder was machen sollte in die Richtung. Bestimmte Leute, die sich nicht vermehren sollten und andere, die sich vermehren sollten. Nur so die Auslese der Besten, das hatten wir alles schon mal. Und dieses ganze Gedankengut wabbert da so mit und das hat mir ein, es hat mir sehr, sehr missfallen und auch die Handlung am Film so völlig verdorben. Also es ist ein toller Schauspieler, ist solide inszeniert, handwerklich gibt es da nicht viel zu meckern. Aber durch diese, diese unterschwellige Message ist das einfach total vergiftet. Das ist so ein bisschen so wie das, keine Ahnung, wer jetzt mal das so Nazi-Kino oder so geguckt hat. Es ist scheißegal, wie gut irgendwas technisch gemacht ist. Wenn die Botschaft so mies ist, dann kann man das irgendwann nicht mehr schön finden und auch nicht mehr gut heißen. Das heißt, du würdest das Thema des Filmes grundsätzlich als kritisch betrachten oder ist da auch so eine positive Botschaft drin? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, es gibt keine Tabuthemen. Man kann jedes Thema angehen. Die Frage ist dann, wie macht man das? Und wenn man einmal zum Beispiel völlig, wie soll ich sagen, so eine Art falsche wissenschaftliche Fakten dem Publikum verkauft und zum Beispiel einen Film als mehr so eine Art Werbeclip macht für, sagen wir, Anti-Impf-Propaganda oder sowas in der Art oder für bestimmte politische Ziele, entweder antikommunistisch oder antikapitalistisch oder wie, dann ist immer die Frage, was sind das für politische Ziele oder für gesellschaftliche Ziele und inwiefern ist das faktenbasiert? Und wenn ich jetzt Fakten völlig ignoriere, das aber auch im Film nicht so kennzeichne, sondern wirklich so tue, als wären das Tatsachen und das nicht im Rahmen von einer Handlung als Fiktion, was ja völlig legitim wäre, als wenn man jetzt gesagt hätte, das ist jetzt irgendwie so eine fiktive Welt, in der das ist, aber es wird eben als real dargestellt und das Gefährliche ist ja auch, es gibt ganz viele Leute, die glauben das wirklich. Leute, das ist ja auch worauf dieses ganze faschistische, schneiden wir nachher alles raus, also faschistische Gedankengut basiert, dass alles in deinem Erbgut ist, damals Genen waren noch nicht so erforscht, aber alles in deinem Erbgut ist, in deinem Blut und du bist so als Mensch programmiert, das sind die Guten, das sind die Schlechten und egal wie sehr sich jemand mit schlechtem Blute bemüht, ein guter Mensch zu werden, er kann es nicht, weil er ja gegen seine Natur gehen würde. Oder die Amis, die haben ja auch so eine Geschichte von Zwangssterilisation, genauso in Skandinavien, in den Ländern da, wo zum Beispiel die Ureinwohner auch zwangssterilisiert wurden, also was, das basiert ja alles auf diesem Gedankengut, das sind reine Gene, das ist gutes Erbgut und das ist das schlechte Erbgut und wenn ich denn sowas vermittle, dann habe ich diesen ganzen Ballast auch im Rucksack, da kann ich nicht einfach das eine vom anderen trennen und schon allein, was die Mutter sich da ja quasi rausnimmt, dass sie, das schwingt ja auch im Titel mit, My Zoe, dieser Film geht davon aus, dass ein Kind wirklich der Besitz der Eltern ist. Da wird ja kein Moment dran gedacht, zum Beispiel, wie ist das für das Klonkind, was denn man damit leben muss, dass es nur die Kopie von jemand anderem ist. Das ist ja furchtbar, also stellt euch mal vor, ihr werdet geboren und alles ist nun mal nur so und du musst jetzt sein wie das Kind, was wir vor dir hatten, was aber tot ist. Das ist der totale, totale Albtraum, ja, also das will doch keiner. Einfach nur ein Ersatz sein für einen anderen Menschen und natürlich ist dann schon vorprogrammiert, dass man dann nie gut genug sein kann, ja. Also, was auch wieder eine interessante Thematik wäre, aber der Film ignoriert das eben, indem er wirklich so tut, ja, Kinder kannst du einfach, wer ist das wunderbar, wenn jetzt die Technik noch ein bisschen weiter fortschreitet, haben wir einfach ein Kind aus der Retorte und wenn Kind 1 nichts wird, haben wir Kind 2 und wenn Kind 2 nichts wird, haben wir Kind 3. So nach dem Prinzip von, wie die Simpsons das so mit ihren Katzen machen, so Snowball the First, Snowball the Second, Snowball the Third. Gut, ich sehe gerade, Julie Delpy spielt auch selber die Hauptrolle. Wie macht sie das so, wie so die Darstellung der einzelnen Figuren? Das macht sie sehr gut und auch ihr Co-Darsteller ist ausgezeichnet. Der Film ist eigentlich von der Besetzung her wirklich erstklassig und dieses Schauspiel, solange es eben sich ganz auf dieses Drama der trauernden Eltern, die gleichzeitig untereinander total zerstritten sind, also sich sozusagen hassen, aber beide, sowohl der Vater als auch die Mutter eben das Kind kompromisslos lieben, ist auch ein sehr starkes, sehr interessantes Drama, weil er eben auch diese erodierende und zugleich verbündende Kraft der Trauer zeigt und wie schwer das ist für Menschen damit umzugehen, mit diesem enormen Verlust. Und wenn der Film jetzt einfach bei diesem Thema bleiben würde, wäre er ja auch sicher sehr stark. Aber er macht dann diesen abrupten Wechsel zum Science-Fiction, der da gar nicht reinpasst und auch eben an vielen Stellen große Logiklücken hat. Also auch so Logiklücken im Sinne von Kontinuität, wenn da die Mutter ins Krankenhaus sich schleicht, um ihrem Kind so heimlich so ein paar Zellen zu entnehmen und all so ein Kram. Und sie hat natürlich auch so einen Kühlinkubator und all so einen Quatsch. Also dass es dann da so absurd wird, dass es diesem ersten Akt völlig die Power nimmt. Aber wie gesagt, technisch und inszenatorisch und handwerklich ist der Film durchaus solide und es lohnt sich, ihn auch anzusehen unter Vorbehalt, um darüber zu diskutieren. Nur hoffe ich eben, dass das Publikum, das ist natürlich eine vergebliche Hoffnung, ganz oft erfahre ich leider das Gegenteil, aber es wäre ja wünschenswert, dass ein Publikum so aufgeklärt ist, dass es entweder weiß und unterscheiden kann, was von dem Dargestellten wissenschaftlich begründet ist und was einfach Fiktion oder Wunschdenken der, ich hoffe nicht, dass es Julie Deppys Wunschdenken ist, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist es, ist oder dass, wenn jemand was nicht weiß, was ja auch nicht schlimm ist, sich zumindest informiert, um es dann zu wissen und nicht einfach davon ausgeht, oh, der Film zeigt das so, na dann wird es schon stimmen. Ja, das klingt auch nach einer guten Empfehlung auf jeden Fall, um mit diesem Film umzugehen. Möchtest du eine Sternebewertung abgeben, so von 1 bis 5? Ähm, ich könnte jetzt sowas sagen wie zwei Sterne oder so, aber ich finde das sehr schwierig, weil eben diese Sternebewertungen das auf so einen Daumen hoch, Daumen runter im Prinzip reduzieren und wie ich ja gerade schon sagte, ein Film kann von der Handlung her gut oder schlecht sein und technisch oder handwerklich völlig anders und das dann einfach so auf sowas wie Sterne runterzubrechen, und das wird ihm einfach nicht gerecht, das ist genauso, wie man nicht pauschal sagen kann, den Film soll man sehen und den Film soll man nicht sehen. Auch einen schlechten Film zu sehen kann interessant sein. Das ist halt immer eine Frage, was man möchte und was man erwartet. Also wie gesagt, der Film liefert ein interessantes Thema, toll geschauspielert, mit dem man viel Diskussionsstoff hat und als solcher ist er auch sicher interessant und sehenswert. Nur wer jetzt, na wie gesagt, ich würde ihn nicht unbedingt auf dem AfD-Parteitag zeigen oder so, weil ich fürchte, dass es Leute sind, bei denen das zu sehr in die richtige Kerbe schlägt. Okay, das ist sehr deutlich. Dann möchtest du schon zum nächsten oder hast du zu dem noch was zu sagen? Wir können jetzt super überleiten zu dem nächsten Film, So Long, My Son, weil es da nämlich um genau diese Thematik unter anderem, das ist ein Drei-Stunden-Film und der liefert einiges an Handlung, also da braucht ihr schon ganz schön Sitzfleisch, das lohnt sich aber auch. Also So Long, ja, es gab viele Witze auf der Berlinale zum Titel So Long, weil man da auch sehr müde ist. Wie dem auch sei, unter anderem geht es in diesem Film eben auch um den Verlust eines Kindes. Der Film spielt in China, so kurz nach der Kulturrevolution und ist wahrscheinlich bekannt, Ein-Kind-Ehe, da trifft natürlich dieser Fakt, wenn denn das eine Kind stirbt, noch mal wesentlich härter, weil die Leute nicht so viele Möglichkeiten haben, überhaupt andere Kinder zu haben, was in dem Film auch thematisiert wird. Der Film ist sehr, auch eine bemerkenswerte Sache, der Film ist sehr systemkritisch, was in China auch nicht ganz einfach ist. Also auch die Vergangenheit, gerade diese Zeit nach der Kulturrevolution, wird ja dann so eine Art, okay, entweder sprechen wir nicht drüber oder wir idealisieren es. Und der Film ist sehr, sehr geschickt und subtil in seiner Gesellschaftskritik und Staatskritik, die er oft nur so in Nebensätzen einschleust und man muss dann mitunter sehr genau hinhören oder den Film vielleicht auch zweimal sehen, um zu merken, hey, da wurde gerade richtig so eine Breitseite ausgeteilt gegen den Staat, was durchaus verdient ist, denn es war ja ein ungeheuer repressives System. Genau, du sagtest gerade schon, spielt in China, ist also auch ein chinesischer Film. Ich habe gelesen, das ist ein Indie-Regisseur, das heißt, der ist gar nicht in so einem großen Studio-Kontext war. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen? Ja, der Regisseur hat schon auch mehrfach sich im Erhalt des Regimes unbeliebt gemacht mit Systemkritik, hat auch davor schon Filme gemacht, die sehr kritisch mit dem kulturellen Erbe Chinas oder dem politischen Erbe umgehen. Ist definitiv jemand, den man auf dem Schirm haben sollte und weiter beobachten sollte, was er so macht, auch wenn seine Werke hier in Deutschland, generell ist ja chinesischer Film hier in Deutschland nur sehr wenig repräsent. Das lohnt sich definitiv, das alles mal anzugucken oder weiter zu verfolgen, was er macht. Die meisten seiner Filme sind eben von beträchtlicher Länge. Aber ich sage es nochmal, das lohnt sich. Oder Leute, wenn ihr irgendwie drei Staffeln auf Netflix oder sonst was gucken sollt, dann gibt es keinen Grund zu sagen, ich habe jetzt Schiss, weil der Film drei oder vier Stunden lang ist. Man muss es ja nicht alles in einem Mal durchsitzen. Ist eine Möglichkeit, genau. Auch von diesem Jahr der Filmen, kennt man die Darsteller von irgendwo her? Also ich bin natürlich jetzt mit der chinesischen Filmkultur auch nicht so bewandert. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich kannte sie jetzt nicht weiter. Also wenn man jetzt deren ganze Filmografie, es sind ja schon zwei ältere Darsteller, wenn man jetzt deren gesamte Filmografie durchliest, dann findet man doch einige Titel, wo man sagt, ah ja, stimmt, diesen Film gab es vielleicht mal oder so. Aber es sind jetzt nicht so Stars im Sinne von, wie weiß ich jetzt, Gong Li oder so, deren Namen man wirklich mit großen Werken verbindet oder dergleichen. Aber exzellente Schauspieler, die auch ihren Silbernen Bären für die beste Darstellung auf der Berlinale voll verdient haben. Die beiden spielen eben ein Ehepaar, was von der Zeit, wo der Film ansetzt, also der Film hat eine sehr komplizierte Timeline. Auch deswegen ist es vielleicht durchaus wert, den zweimal zu gucken, sodass man alles noch etwas besser auf die Reihe kriegt und Zusammenhänge nochmal eher versteht, weil es für, ich sag jetzt mal, für Westler, die nicht vollkommen vertraut sind mit der chinesischen Geschichte und Kultur, und so kleine Hinweise darauf, welche Zeitebene gerade herrscht, vielleicht übersehen, nicht immer leicht ist zu sagen, in welchem Jahr sind wir denn jetzt gerade? Oder ist das vorher oder ist das nachher? Ja, das ist nicht immer ganz so einfach. Also die Handlung zieht sich über Jahrzehnte bis hin in die Gegenwart. Und der Kernkonflikt ist sozusagen, dass das Ehepaar seinen Sohn, den einzigen, verliert. Aufgrund der rigorosen Abtreibungspolitik Chinas, dass die Ehefrau zu einer Zwangsabtreibung nötigt. Nun kann ich mal ein schönes Beispiel machen, wie sehr die Systemkritik dann im Film funktioniert, wo dann eine Freundin sie beruhigen möchte und ihr sagt, die gleiche Freundin, die sie auch netterweise an den Start verpetzt hat, sodass sie dann eben ins Krankenhaus muss zur Zwangsabtreibung, und ihr sagt, das ist ein Routineeingriff, du musst gar keine Angst haben. Und ein Routineeingriff schwingt natürlich mit, dass da Hunderte und Tausende Frauen zur Abtreibung gezwungen wurden und Zwangsstil realisiert wurden. Und ein Kind, ein zweites Kind zu haben, das war nicht einfach nur so, oh, das ist aber blöd, jetzt zahlt ihr einmal eine Strafe. Man musste regelmäßig sein ganzes Leben lang eine richtig, richtig fette Strafe zahlen, die den Leuten die komplette Existenz zerstört hat, weswegen auch ganz viele unregistrierte, illegitime Kinder in China damals aufgewachsen sind. Und das war sowohl für die Eltern als auch für das Kind ein lebenslanges Stigma, sowohl ein zweites Kind zu sein, als auch ein zweites Kind zu haben. Und tja, sitzen die Eltern halt da, können kein weiteres Kind bekommen, Kind Nummer eins, tot, was auch schon den Film direkt einleitet, und dann tun sie, und jetzt kommt die Brücke zu Maisui, etwas ganz Furchtbares, sie adoptieren ein weiteres Kind, einen kleinen Jungen, den sie den Namen des ersten Kindes geben und quasi dazu abrichten, ihr Ersatz, erstes Kind zu sein, auch dieses erste Kind zu spielen. Sehr nah dran an diesem Duplikations, wie Eltern so mit Trauer umgehen, ja, gar nicht, indem man einfach versucht, es wegzudrücken, ist nie passiert. Klappt natürlich nicht, ne, Trauer, darum heißt es Trauerarbeit, ist nicht schön, kann man aber auch nicht einfach so ignorieren. Bietet der Film denn einen Lösungsansatz oder in irgendeiner Art und Weise Gedanken, Anstöße, wie aus diesem Problem auch herausgekommen werden kann? Ja, wobei ich dazu sagen muss, was der Film macht, ist einfach, wie er zeigt, wie das die Leute prägt, wie sie sich entwickeln in ihrem Leben, in ihren Beziehungen und wohin das führt. Bestimmte Fehler, die man auch, was durch die Schauspieler und die ganze Inszenierung und Dramaturgie sehr gut vermittelt wird, nachvollziehen kann. Auf gewisser Weise versteht man, warum die Eltern so handeln, man versteht diese Trauer, diese Gefangenheit, und zugleich ist es aber schrecklich, was sie tun. Und wenn man diesen jungen Mann dann mitbekommt, also den Sohn, den Adoptivsohn, der erst zum Jugendlichen wird und dann später zum jungen Mann, versteht man auch seine Entwicklung und sein Verhalten, was man aber dennoch nicht immer gutheißen kann. Und diese Art von Reflexion, dass man Leute nicht einfach in die Guten und die Bösen oder das ist richtig und falsch unterteilt, sondern eben komplexe Handlungen sieht oder Fehler erst im Nachhinein als solche erkennt, macht es eben möglich, damit umzugehen. Und zugleich ist das Ganze natürlich auch eine Riesenparabel für Chinas eigenen Umgang mit der Vergangenheit, dass man eben so tut, als ob schreckliche Dinge nie passiert werden und einfach versucht, sich das schön zu reden oder schön zu spielen durch irgendwelche politischen Scharaden, was natürlich nicht klappt, weil man ja auch jetzt an den aktuellen politischen Konflikten sieht, das lässt sich nicht auf Dauer unterdrücken. Irgendwann, entweder wiederholt sich die Geschichte oder man lässt irgendwann mal los und gibt seine Fehler zu und erlaubt den Leuten dann auch ein bisschen mehr Freiheit. Und dieser Film spielt sehr an diese Thematik an. Also er funktioniert sowohl auf einer sozialpolitischen und staatspolitischen Ebene und auf einer psychologischen, persönlichen Ebene als Figurendrama. Das ist sehr interessant und regt vielleicht auch viele Leute an, sich ein bisschen mehr mit, keine Ahnung, vielleicht sind jetzt auch total die Spezialisten in chinesischer Geschichte, die zuhören, aber sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, auch was die aktuellen Konflikte in Hongkong und China jetzt zum Beispiel mit der ganzen Vergangenheit zu tun haben, des Landes, was da alles für ein politischer Ballast in den Leuten hochkommt. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer Empfehlung von deiner Seite aus, würde ich sagen. Definitiv. Also wenn ich jetzt Sterne geben würde, würde ich diesem Film fünf Sterne geben, weil das hier immer ganz einfach ist, wo man sagen kann, Handlung ist super, Inszenierung ist super, Schauspieler sind toll, also diesen Film könnt ihr euch wirklich ansehen. Also man muss es einen Film zum Mitdenken, was ich aber als positives Beispiel sage. Also es ist jetzt nichts unbedingt, wenn man jetzt so nachts um halb zwölf total traurig, sich nur noch brieseln lassen will, vielleicht mit einem Bier oder so, dann vielleicht nicht der ideale Film, aber definitiv einer, der das Publikum ernst nimmt und auch intellektuell herausfordert und trotzdem eine tolle Unterhaltung und ein tolles Drama liefert und auch viele lustige und leichte Momente hat. Es ist jetzt nicht nur so ein, keine Ahnung, so ein Moody-Drama, wo man nur so deprimiert rausgeht, oh, das Leben ist schlecht, ich geb mir die Kugel. Es ist auch sehr humorvoll gemacht. Ja, das klingt auch sehr gut. Wo kann man dich eigentlich finden im Internet? Was machst du so? Ich mach ganz viel, nix davon ist wirklich wichtig. Ich bin unter anderem bei Movie Break, bei Filmrezension, bei Pressplay, das ist ein österreichisches Magazin. Ab und zu hab ich mal ein paar Artikel für die Filmlöwin geschrieben. Ich hatte auch mal ein paar auf Film verliebt, wobei auf der Seite fast nichts mehr passiert. Und seit einer Weile hab ich meine, naja, eigene Website. Es ist mehr so eine Art Sammelbecken für alle meine Kritiken, wo ihr auch dann, wenn ihr da aufklickt, verlinkt werdet zu der jeweiligen Seite, wo die Kritik zuerst erschienen ist. Die heißt Cinemagican. Klickt mal auf Cinemagican. Dann hab ich irgendwie mal mehr als irgendwie drei unique Users. Das wär ja Wahnsinn. Und ansonsten, ja, da bin ich so im Netz überall. Also am besten findet ihr mich wahrscheinlich wirklich, ich gehöre zu dieser aussterbenden Gattung der Freelancer. Also wenn ihr einfach auf IMDB guckt, oh, da ist ihr Name. Diverse Magazine, manche existieren nicht mehr leider, andere existieren nicht mehr zum Glück. Überall misch ich mal mit. Ja, das klingt doch auch sehr gut. Dann danke ich dir. Super wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich arbeite für, keine Ahnung, Hollywood Reporter oder Variety mit einem guten Gehalt. Respekt und 5000 Followern auf, was weiß ich hier. 5000 ist ja nichts. 50.000 oder 5.000.000 Lady Gaga kann, weint nur immer, wenn sie meinen Account sieht, auf hier Twitter. Gut. Ist aber nicht so. Ich hoffe, du kommst trotzdem zurecht. Ja, ja. Dann danke ich dir für deine Zeit, für deine Filmbesprechung. Und wir verbleiben mit einem freudigen Auf Wiedersehen. Super, macht's gut. Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag hier beim Tele- Tele-Stammtisch, schon wieder der Dreher. Der kommt mir irgendwie öfter unter. Wir besprechen heute den Film Apocalypse Now in der Final Cut-Fassung, der jetzt rausgekommen ist. Kurz zu Apocalypse Now. Die meisten dürften den Film kennen. Der Film ist von 1979, vom Regisseur Francis Ford Coppola, den wahrscheinlich auch jeder kennt, gerade durch seine Filme, durch seine Pate-Trilogie. Und mit mir sind einmal der Werner. Grüß dich. Hi, hi. Und der Michael. Hallihallo. Guten Tag. So. Ganz kurz generell zum Film. Da gibt's ja mehrere Schnittfassungen. Es gibt das Original von 79, dann die Redox-Fassung mit zweieinhalb, ne dreieinhalb, dreieinhalb Stunden fast. Und jetzt den Final Cut-Fassung. Ich kenne Redox und Final Cut und bin ein sehr großer Fan von dem Film. Wie sieht's bei euch aus? Ich hab das Original gesehen, als ich 18 war und hab jetzt eben den Final Cut gesehen und war damals wie heute nicht gerade begeistert. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay, also ich hab jetzt, ich bin tatsächlich Erstgucker, also ich hab jetzt quasi eine Bildungslücke geschlossen und hab jetzt auch zum ersten Mal und zum einzigen Mal jetzt nur die neue Fassung geguckt und bin etwas überfahren tatsächlich von dem Film, weil ich hab tatsächlich was anderes erwartet. Von dem, also ich kannte nicht viel von dem Film, aber nur so ein paar Zitate und das waren meistens so die ganz am Anfang so, wenn dieser Sergeant da so seine Sprüche raushaut, dieses berühmte Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen und sowas. Und anhand von solchen Aussagen hab ich mit sowas wie Full Metal Jacket oder sowas gerechnet. Also schon mit einem Antikriegsfilm, aber eben nicht so ein diepes Werk, was mir dann da quasi im Schluss präsentiert wurde. Deswegen war ich dann doch sehr überrascht, was das jetzt für ein Film ist tatsächlich. Ja, das stimmt. Man kann tatsächlich, also es ist wirklich sehr kruder, sehr kruder Humor. Man kann irgendwie drüber lachen. Andererseits ist es einfach die böseste Darstellung von Krieg und deren Auswirkungen. Der hat ja komplett den Hang zur Realität verloren quasi. Ja, genau. Er sitzt dazwischen seinen Bomben und Granaten und das Wichtigste ist das fucking Surfen. Das ist einfach das Wichtigste im Vietnamkrieg für ihn mittlerweile. Ihm ist völlig egal, wer da stirbt, dass er seine Leute verlieren könnte. Er schickt die beiden da aufs Meer raus und diskutiert mit dem Surfprofi. Und merkt es nicht ganz aus, nur weil es nicht Wellen sind. Also dann mal schnell den Napalmangriff gestartet. Das ist einfach... Und dann noch die Musik dazu im Hintergrund. Ey, ja, einfach, das ist wirklich krass. Also ich muss sagen, gerade dieser Teil vom Film hat mir mitunter noch am meisten gefallen. Also sowohl was die Musik angeht, als halt eben auch die Szene an sich sind einfach großartig gemacht. Und da sieht man halt eben, wie manche Menschen mit so einem Krieg umgehen. Ob es richtig ist oder nicht, sowas kann man natürlich nicht sagen. Aber das ist natürlich eine Art, mit dem Krieg umzugehen. Ja. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass der ganze Film so ist. Also so dieses überspitzte, beziehungsweise dieses schonungslose Darstellen von Kriegszuständen. Aber das ist ja quasi nur die... Das ist ja nur die Exposition quasi, dass wir nur da anfangen. Das geht ja dann in eine völlig andere Richtung, der Film. Ja, das stimmt. Vom Handwerklichen her. Also es ist ja, man mag den Film gut finden oder nicht. Aber was haltet ihr generell vom Handwerklichen, von der Kamera, von den Bildern her? Es ist ja für Ende 70er Jahre schon ganz schönes Aufgebot, was man da geboten bekommt. Allerdings. Also handwerklich finde ich geil. Absolut. Über den Inhalt lässt sich tatsächlich streiten. Das ist ja schon eine schwere Kost. Aber rein optisch ist es so ein typisches Beispiel für Every Frame, Every Frame a Painting. Wenn man so überall Standbild machen, sieht alles geil aus irgendwie. Das stimmt. Das würde ich auch sagen, ja. Sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Der Soundtrack an sich, den finde ich fantastisch, weil der einem direkt, nicht nur, dass die Bilder und die Thematik einen völlig runterzieht, sondern dann der Soundtrack, der macht einen dann auch noch direkt nochmal ein bisschen mehr, nochmal ein bisschen mehr Depri und zeigt an, wie schlecht und schlimm es alles ist. Das fand ich schon, das fand ich schon ziemlich genial. Und ich habe den Film tatsächlich, ich bin ja auch nicht so einer, der ihn irgendwie schon vor, ich bin erst 30, wenn wir vor 15 Jahren das erste Mal gesehen haben, aber ich habe den auch das erste Mal vor 5, 6 Jahren geguckt, in der Redux-Fassung, wie gesagt. Und da fand ich es auch schon ziemlich, ziemlich genial. Und wollen wir direkt weitermachen mit den eigentlichen Unterschieden, weswegen wir jetzt eigentlich uns hier zusammentreffen, weil die meisten werden den Film kennen, die meisten werden alle Versionen kennen, außer vielleicht den Final Cut, weil er jetzt relativ frisch draußen ist. Ja, ihr könnt gerne, also ich ziehe mich da ein bisschen raus, weil ich kenne, wie gesagt, nur diese Version, aber ich grätsche dann dazwischen, wenn mir was einfällt. Machen wir, sehr gut. Dann starte ich mal. Und zwar, ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Cuts ein. Das hatte ich in der Vorbesprechung ja auch schon gesagt, das ist einfach viel zu viel. Hier ein kleiner Umschnitt, da ein kleiner Cut. Sondern was ganz geschnitten wurde, jetzt hier im Final Cut, das ist die Szene, es gibt eine Szene in der Redux-Version, da treffen sie sich noch einmal mit den Playboy-Girls, den Playboy-Bunnies, die ja dort ihren großen Auftritt haben und alle völlig durchdrehen und vergnügen sich so ein bisschen mit denen. Und das ist eine relativ lange Szene, durchaus fragwürdig und die wurde komplett geschnitten. Da, was negativ behaftet ist, was ich jetzt auch öfter gelesen habe, ist, dass man munkelt, dass es geschnitten wurde, weil einfach, dass heutzutage, gerade mit den ganzen MeToo-Skandalen, Sexual Harassment und was es da alles nicht gibt, dass es damit zu tun haben könnte. Was meint ihr? Könnte es damit zu tun haben oder ist es einfach nur die künstlerische Freiheit, die er da genossen hat? Ja, also ich denke, das ist dann doch eher so die künstlerische Freiheit, weil ich glaube nicht, dass Francis Ford Coppola da irgendwie noch irgendwas zu verlieren hat und sich um irgendwelche Skandale schert oder etwas dergleichen. Also ihm ging es beim Final Cut, denke ich, wirklich um seine künstliche, künstlerische Version des Films. Also ohne das genau den Unterschied zu wissen, würde ich auch fast sagen, dass es eher so vielleicht so nach dem Motto, trägt die Szene was bei zum Gesamtwerk oder so. Wenn er sich dann halt sagt, die Szene war halt von vornherein überflüssig und die hat zwar in die Langfassung geschafft, aber man kann jetzt im Endeffekt halt wieder raus. Genau. Ja, ich sehe das auch so. Also da im Endeffekt steigt jeder, der nur kann jetzt auf diese, immer noch auf diese MeToo-Debatten ein, egal was da so, egal was jetzt, wie es jetzt ausgegangen ist mit diversen Anklagen, die jetzt fallen gelassen wurden oder auch nicht, weil im Moment flacht es ja wieder ein bisschen ab, weil der Klima, der Klimastress jetzt im Gange ist. Und ja. Ich fände es aber auch tatsächlich schlimm, wenn sie jetzt anfangen würden, also mal abgesehen davon, dass diese Final Cut-Fassung so oder so jetzt erschienen wäre, aber weil es ja jetzt gerade 40 Jahre Jubiläum, soweit ich weiß. Ich fände es jetzt schlimm, wenn sie anfangen, solche alten Filme entsprechend zu bearbeiten. Also das ist ja, das ist ja der gleiche Scheiß, wie wenn sie anfangen, hier Kinder, aus Kinderbüchern das Wort Neger rauszustreichen, ja. Die waren halt früher so, man kann ja da irgendwie aufklärend noch irgendwie was dazu packen, ja, aber man fängt jetzt doch nicht an, alte Filme, die halt aus einer ganz anderen Zeit stammen, jetzt nachträglich da zu kastrieren, ja. Das fände ich, das fände ich schlimm, wenn sie jetzt so anfangen würden. Deswegen glaube ich das ehrlich gesagt nicht, dass das in dem Fall so war. Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke auch nicht, dass gerade ein Coppola sagt, ja okay, jetzt nach 40 Jahren, nach diesen ganzen politischen Fehltritten von Hollywood, kürze ich mal meinen Film, weil dann stehe ich nochmal besser da. Hat der, wie du gesagt hast, schon, hat der einfach nicht nötig. Und die Szenen vorher mit der ganzen, die wieder umgegangen wird, mit der ganzen Sexualität und den Soldaten, weil die dringen ja, die rasten ja komplett aus, die zeigt einfach schon, wie kaputt da alle sind und was genau denen nun mal fehlt, den guten Jungs. Und es ist eine, es ist eine, nochmal eine eindrückliche Szene in der Redux-Fassung, aber für mich steht das auch in keinem Zusammenhang mit dem ganzen Kram, der jetzt in den letzten Jahren aufgetaucht ist tatsächlich. Nee, der Film wird nicht durch diese Szenen definiert, das ist alles. Genau, ja, das sehe ich auch so. Ein extra. ein gutes Extra für eine lange Fassung, die nicht stört, aber auch nicht groß stört, wenn sie weggelassen wird. Ja. Genau. Und die zweite, ganz geschnittene Szene ist ganz relativ, relativ am Ende. Wenn, mir ist jetzt leider der verfluchte Name, Martin Schien, sein Charakter, mir ist der leider gerade entfallen, peinlicherweise, Willard, Benjamin L. Willard, Willard. Genau, ich danke euch. Zum Schluss ist er gefangen bei Kurtz, Spoiler, jeder sollte den Film sehen, gesehen haben, ist er gefangen und kriegt von Kurtz noch diverse Time-Magazin-Artikel vorgelesen und über den, über den Vietnamkrieg und das lassen sie jetzt auch weg und er wird halt danach befreit und er darf sich dort in dem Lager frei bewegen und diese Szene wurde weggelassen, die Szene kann, wie die andere Szene auch, ruhig weggelassen werden, meine Meinung, stört mich aber auch nicht in der Redux-Version, dass sie da ist. Auch da habe ich nochmal so ein bisschen nachgeforscht, da wird vermutet, behauptet, man weiß es nicht, dass es vielleicht daran liegt, dass das Time-Magazin auch heutzutage nicht mehr die Relevanz hat, die es damals noch hatte zu Redux-Zeiten. Kann ich nicht so sagen, ich habe mit Time-Magazin nichts am Hut, mit Szene gut, ohne Szene auch gut, stört mich jetzt nicht, dass sie in dem Cut weggelassen wurde. Okay. Gibt es denn sonst, also fühlt sich das sonst irgendwie anders an, diese Schnittfassung oder sind es mehr so große Brocken wie diese Playboy-Szene oder Playboy-Bunny-Szene, die da fehlt? Oder hat er auch so generell ein bisschen am Pacing oder was geschraubt? Weiß ich ja nicht. Ja, ich finde, dass es halt so ein langer Film ist und ist mir jetzt direkt so vom Pacing her nicht unbedingt aufgefallen, aber was nicht geschnitten, sondern gekürzt wurde und was ich da ganz okay fand, das ist sehr angenehm, ist die Szene in der französischen Plantage und die Dinner-Szene. Die gibt es in der Redux-Fassung länger und hier ist jetzt stärker im Fokus die Romanze, die kleine Romanze zwischen Willard und der Roxanne und nicht mehr die ganzen politischen Statements, die geraten eher so ein bisschen in den Hintergrund. Also das muss man auch wieder persönlich gucken, was ist einem da wichtiger, aber das Ganze ist ein bisschen runtergekürzt und wie gesagt, das zeichnet dann so ein bisschen Willards Charakter weiter aus, also er wird noch noch mehr anders dargestellt. Das ist der Unterschied. Die Szene gibt es, die Szene wurde gekürzt, anstatt von viel Politik steht halt jetzt die Romanze im Vordergrund. Okay. Und das fällt halt auf. Ja, das ist wiederum ein Unterschied, der mir nicht so gefallen hat. Also die Romanze hätte man meiner Meinung nach auch komplett weglassen können. Das ist so kurzer Moment, so eine kurze Szene, die es, ja, hätte ich drauf verzichten können. Ja, okay. Ja, das sind so die, das sind so die hauptsächlichen Unterschiede und dann gibt es halt, wie gesagt, viele, viele kleine Schnitte rein, die man, wie ich finde, nicht merkt. Es sei denn, man ist halt so ein völliger Crack und guckt diesen Film halt zwei, dreimal im Jahr, analysiert die Filme und das Ganze kann man aber auch, wenn es einen interessiert, im Internet nachlesen. Es gibt da zum Beispiel auf Schnittberichte.com einen tollen Bericht, die dröseln ja sowieso immer alles auf und das ist im Endeffekt der Final Cut. Ich hoffe, die Hardcore-Fans geben sich auch damit zufrieden, dass wir jetzt nicht alles aufdröseln, weil diese zwei großen entfallenden Szenen und die verkürzte Szene auf der Plantage ist so das, was maßgeblich geändert wurde. Ich glaube, wenn du alle Schnitzel einzeln aufzählst, dann wird der Podcast drei Stunden lang. Ja, das ist eben. Sehr special interest dann auch. Das denke ich auch. Dann würde ich sagen, kommen wir einmal zum Fazit, dass der eine sagt, wie ihm die Erstsichtung gefallen hat, nochmal ganz kurz und wir beide dann noch einmal das Fazit äußern, kurz zum Film und welche Fassung da uns besser gefallen hat. Okay, also ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht in der Wertung abzugeben, weil, wie gesagt, der Film hat mich völlig überfahren und ich will nicht behaupten, dass ich ihn komplett verstanden hätte, weil von allem, was ich damit gekriegt habe, ist da ja eine unfassbare Deutungstiefe drin, die man erstmal analysieren muss und so weiter und so fort, aber mal abgesehen davon, dass ich ihn lang und anstrengend fand, fand ich ihn trotzdem ziemlich geil. Also ich finde, das ist schon ein sehenswerter Film, ob der jetzt ein Film ist, den ich jetzt in absehbarer Zukunft nochmal gucken muss, weiß ich jetzt nicht, aber ich bin jetzt froh, dass ich ihn mal gesehen habe, weil es ist schon, es ist ein beeindruckender Film, sagen wir mal so, ja, ob der jetzt gute Laune macht oder sonst wie einem was gibt, sei dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ein Werk, das man gesehen haben sollte. Ja, wie gesagt, eine Wertung traue ich mich jetzt nicht, aber es ist... Ja, also ich werde jetzt mal ein bisschen das schwarze Schaf spielen, weil mir hat der Film schon vor zehn Jahren nicht wirklich gefallen, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Da hat man natürlich gelesen und gehört, was das für ein Meisterwerk ist und dementsprechend hat man ihn sich auch angeschaut mit hohen Erwartungen, nicht Erwartungen in eine bestimmte Richtung, also ich habe jetzt nicht erwartet, einen fetten Actionfilm zu sehen oder sonst irgendetwas, sondern ich bin einfach mal in den Film rein und der hat mich damals schon gerade in der zweiten Hälfte ziemlich gelangweilt, aber ich will damit nicht sagen, dass ich ihn schon damals schlecht fand, also man kann verstehen, wieso der Film seinen Kultstatus hat und teilweise auch als legendär bezeichnet wird, also diese Handvoll Szenen, die den Film so groß gemacht haben, die haben auch mir gefallen, aber der Film hat halt eben auch sehr viele Szenen, die mich gelangweilt haben und dementsprechend ist es ein Film, ja, einmal sehen, langt und ich habe mir jetzt nochmal eine zweite Chance gegeben im Final Cut, weil ich dachte, gut, okay, vielleicht macht er den ein bisschen knackiger, besser, aber auch beim zweiten Durchgang hat er mir nicht wirklich sehr viel besser gefallen. Und ich dachte, gut, du bist zehn Jahre älter, hast ein paar Filme mehr gesehen, kannst ein paar Vergleiche mehr machen oder verstehst vielleicht auch manches besser, aber, ja, wie schon beim ersten Mal, muss ich sagen, ist der Film jetzt für mich nicht das große Meisterwerk, auch wenn er viele großartige Szenen und Momente hat, also das lasse ich ihm durchaus. Ich finde, es ist so ein Film, wo man sich so ein bisschen dumm vorkommt beim Gucken, so nach dem Motto, also gegen mir jedenfalls so nach dem Motto, ich weiß, ich sehe hier gerade was unfassbar, was unfassbar tiefgründig ist, aber ich raff es halt nicht. Da ich so, komm, Michel, bist du halt so doof, geh wieder Marvel-Filme gucken. Mach nicht das MCU-Fass auf jetzt. Nee, nee, im Gottes willen, aber, ja, es ist vielleicht ein Film, der zum Analysieren einlädt, aber es ist halt wirklich kein Film, den man so eben wegguckt. Vielleicht geht der Film auch einfach zu tief in die Materie. Ja, möglich. Also mir, mir persönlich hat er damals in der Redux-Fassung schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich kann auch, und ich verstehe auch, dass Leute sagen, ey, der ist, natürlich ist er am Anfang auch sehr, sehr erschütternd in diesen, diese humoristischen Einlagen, aber dann fahren die nur über diesen, über diesen Fluss und dann passiert nichts. Ich kann das verstehen, aber mir persönlich hat das gefallen, weil, dieses fantastische Schauspiel der Schauspieler, das ist so großartig und man nimmt den diese Rolle, ich nehme diese Rolle den so sehr ab und ich habe mich da so richtig, richtig reingezogen gefühlt und es gibt ja auch diese Dokumentation, glaube ich, Heart of Darkness, ich kenne die leider nicht, aber das sagt einfach ja auch schon alles, dieses Wort. Ich glaube, Heart of Darkness ist ein Roman, auf dem das Ganze so lose basiert. also das ist so eine Art Neuinterpretation von diesem Roman oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, es gibt wirklich auch diese Flussfahrt symbolisiert irgendwie seine Fahrt in den Wahnsinn oder keine Ahnung. ja, man weiß es nicht. Und, ja genau, Heart of Darkness, Filmmakers Apocalypse ist von 91, sehe ich hier gerade, genau, das ist, ja, ist so, heißt es auch so und das, genau, das zeigt, diese Flussfahrt, ist einfach metaphorisch und dann werden wir wieder beim Reiner interpretieren einfach für mich großartig, großartig dargestellt und ich glaube, die Redux-Fassung gefällt mir ein bisschen besser, auch wenn, die Plantagen-Szene ist so oder so vielleicht ein bisschen zäh, da stimme ich, da stimme ich zu, aber auch der Final Cut hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Er ist ein bisschen runtergebrochen, er geht ein bisschen schneller von der Hand, ist vielleicht, vielleicht nicht das Richtige, weil er immer noch drei Stunden geht, aber er gefällt mir sehr gut, Final Cut und ich bin vier, vier, viereinhalb von fünf bin ich auf jeden Fall dabei, meisterhaft, auf jeden Fall, es ist nicht dieser ultimative Lieblingsfilm, deswegen nicht die fünf von fünf oder die zehn von zehn, aber ich finde den schon sehr, sehr großartig. Ist aber auch ein Film, wo ich sage, hier, pass auf, komm her, wenn ich zu meiner Tochter gehe und sage, wir gucken jetzt, wir gucken jetzt einen Film, machen uns einen gemütlichen Abend, dafür ist das Falsche. Jetzt dachte ich, sagst du, jetzt gucke ich den Film mit meiner Tochter, damit sie was Gescheits schaut und weiß, was Filmgeschichte ist. Ja, definitiv, also ich bin, ich würde auch sagen, manche Filme kann man, auch wenn sie ab 16 sind, kann man schon mal, gerade die alten James Bond Filme kann man schon mal einem Zwölfjährigen, habe ich damals ja auch gesehen, zeigen, aber das ist ein Film, wo ich sage, okay, 16 und dann gucken wir uns den an, weil es ist schon, es ist schon wirklich übel. Es ist schon recht ruckig manchmal, ja. Ich glaube, selbst mit 16 würden sie den Film einfach sogar noch weniger verstehen, also unabhängig vom Gewaltgrad, denke ich, es ist einfach inhaltlich zu viel für das Alter. Und nicht vom Gewaltgrad, sondern einfach wirklich von der Tiefe und dem Inhalt. Ja, man muss es, man muss es sich auf jeden Fall, wenn man in jungen Jahren gesehen hat, nochmal, nochmal, nochmal gucken, nochmal anschauen. Vielleicht gefällt er einem dann besser, manchen gefällt er dann immer noch nicht. Genau. Und dann werden wir mit Apocalypse Now Final Cut und den Unterschieden zur Redux-Fassung auch soweit erstmal durch. Wenn es von euch nichts mehr gibt. Erstmal nicht. Super. Dann bedanke ich mich bei euch, wünsche euch noch in dem Fall einen schönen Abend und bis bald. Ich bedanke mich auch und wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.